ja ich will das ist ein Heavy Oaks Sieve damit geht das nicht, ja aber ich habe einen Fehler gemacht dafür braucht man Compressed Dirt brauchst du noch Holz? äh ne momentan nicht so machen wir mal neue Erde und jetzt brauche ich aber noch mal das normale Sieve dafür brauche ich noch einen Stick ja doch ich brauche doch noch Holz und Apfel, und Apfel hier hier ja hier ah, die drücken danke so jetzt brauche ich noch gut Slaps so und jetzt müssen wir alles haben ne oh please so jetzt ok ich habe die Kissen mal abgebaut jo so und dann kümmere ich mich jetzt erstmal um Essen ähm ich habe noch eine Erde noch eine Erde ja das ist Heavy Sieve wir kommen langsam mit so einem Ziel mit ein paar mehr Bäumen näher oh hier ist eine Runterfallgefahr das ist hier irgendwie überall naja noch ne jetzt gehts genau das kann ich, achso jetzt kann ich das hier nämlich so durchjagen und jetzt kriegen wir hier Samen Steinbrocken und alles und alles und so weiter ne wir haben jetzt hier nämlich rausbekommen Melonsamen Karottensamen ähm Dark Oak Seed Moment mal mach mal den zweiten Baum hier nicht ich habe jetzt so ein Dark Oak Sabling hingesetzt wir haben Stone Dinger wir kommen nochmal so andere Baum hin Stone Dinger die kann man ja irgendwie zu Cobblestone craften wie ging das denn noch gleich ach genau die sitzt du und das mal so weiter runter ja das ist weil wir hier falsch gebaut haben ich habe jetzt drei Cobblestone mit den drei Cobblestone baue ich jetzt ein Stone Barrel dafür brauche ich nochmal mehr Cobblestone Cobblestone hab ich so auf Dirt bekommen Dirt haben wir gefunden können wir das vielleicht so machen dass die Kiste für die Sachen ist die rauskommen beim sieben achso ja klar ok das ist nett so dann haben wir das nicht ein bisschen sortierter achso du hast hier achso du hast noch genug Holz ja ok ne 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 dann wachsen die alle noch kurz ich habe auch aber noch kurz anderes Holz ich will halt diese ich will auch so direkt das sieht so bescheuert aus Alter der wächst nicht was ist da los warte warte ich komm hier zu weit so Double Power ist bei dir schon die Einrastfunktion bekommen jetzt nein ich habe die ausgestellt ich habe die auch ausgemacht deswegen hallo ne ich glaube die ausgemacht weil ich weil ich mal beim als insofern oder sowas kann ständig ja bei mir auch ich glaube bei denen wissen die das nicht wegen so eine Bewerbung ausgeschrieben und dann als die ganze Zeit ähm ja bei jedem Satz anfangen kann und die dürfen wir nicht benutzen weil wenn Zepplinge wechseln sind wir echt am Arsch ja stimmt ok so dann mache ich jetzt mal hier weiter mit dem 7 ist ja immer noch nicht gewachsen nein ich glaube der weil das ein gemordeter ist glaube ich funktioniert das nicht so richtig so ok dann ernte ich die mal ab hier du kannst auch übrigens diese Würmer da in diesem Komposter packen ne ne doch geht auch aber da haben wir halt nicht so viele von ich weiß nicht ob man Strings auch reinpacken kann ich probier's gleich mal aus ich denke nicht ich bin naja aber es sind ja auch organische Teile hast du jetzt eigentlich mal geschlafen? nö da bin ich gerade eine Nacht durchgestauen ah ne mein neues Formpunkt hat sich jetzt da äh ist jetzt da das reicht mir wie geht denn nicht ums Schlafen sondern ums Formpunkt weißt du mhm ja klar das wäre wertvoll wenn es falsch war ich auch gerne denken aber wir haben noch ne Erde hier können wir noch eins gehen ja Erde ja einfach ein Sieglappen so ok ich guck mal ob wir damit keine Sache aber das ist halt nichts das geht halt nicht so schnell mit dem Strings ja gut das ist ja das ist ja das ist ja Nebensache so also Strings kann man reinpacken und davon haben wir halt wesentlich so zwei Erde jetzt noch mehr so 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 erde kann man sein dass in der Seite über die Hyperkraft noch Gegenstand durch den Auber zurückführt? ja das kann sein was haben wir hier bekommen? akazien-seed! probier den mal hinzusetzen, tut mir leid, ich hab ein bisschen undeinlich genug gehört äh jo, hab ich ihn gesetzt, der wird wahrscheinlich auch nicht so schnell wachsen, das ist wie gesagt ja auch kein normaler, wobei der eigentlich vom minecraft ist, eigentlich müsste es gehen ja, okay, der wächst, warte, warte oh, seriö, jo, es gibt Leute, es gibt noch einen, äh, akazien so, wir haben jetzt, äh, fünf und wir brauchen viel Lava, sechs, nee nee, wir brauchen erstmal einen Ofen, dafür brauchen wir, acht äh, wie heißen der Phönes genau, Phönes jo, da brauchen wir acht für, also drei noch, ist die Erde fertig? okay, ich hab glaub ich was gefunden, was für dich ziemlich interessant sein könnte genau, sie sind los, hier auch, ne? ganz in der Community immer ganz was sagen, die Augen machen ja, deine Augen sehen ganz normal aus ja, deine nicht ja, ich weiß das ist schon geil, eigentlich so und zwar das hier, guck mal ja ich hab so'n, ähm, da geht das jetzt, zum Beispiel Glaube irgendwie gesagt, wenn man, äh, Items rein oder so oder so genau oh, Potionholder ah, das sind Potionholder, ja, okay, jetzt erklärt jetzt hab ich mich recht, begrüßen soll voll Gott's Naagen ey so, packen wir da mal ein paar zu, neue Erde machen immer wenn du Erde einsammelst, hier erstmal in sieb rein, ne? das ist momentan am wichtigsten okay, warte mal ich hab das gut ausgesprochen Gini-Schlüssel auch? oh ne oh nein oh okay warte mal das ist ziemlich gut ausgesprochen das war geil heute soll ich viel von wir haben auch ein Glas, ok von Torches Jo, Strings gehen auch dafür das können wir auch irgendwann mal automatisieren es müsste ja relativ einfach mit dem Filter gehen oder sowas so was haben wir jetzt bekommen Sugarcane Seeds Stone Silkworms Portion Holder ja gut, den haben wir nicht bekommen so, hier ist gleich fertig was musst du denn da? Guck mal geil hier ist noch einer, wartet da ich hätte es mir da rausgefallen, warte, können wir so zu die man auch fallen überhaupt nicht geil warte, bau den jetzt mal ab, du wirst nur noch sitzen ja, wie gehst du hier weg? was? also... wie bescheuert ist das? ja, okay, warte, ich stemme, ja, lass die auf den da sein stellen ja, okay, wenn ich das aufsteige, hab ich sie schon gefunden setz dich auch mal hin bitte, also neben mich ja, warte, du hast mich cool ich hab deinen? achso, ja, tut mir leid aber klar, warte, dass ich jetzt nicht mehr weg hier sein geil das ist das hier, oder? oh mein gott, ey gut, weiter geht's äh, so, das ist... ich hab die X-Card hier fertig, ähm... so... ne, das brauchen wir jetzt grad nicht das tränk ich mal als Reserve weg, die Eingekraft ähm... wenn du mir in die Erde gehen könntest, könnte ich Sugarcane schon mal wachsen und, ähm... ich hab noch keine, ja achso, ja, achso, ich hab Erde, lol hab ich dir grad eben welche drauf, ja ähm... ich hab auch zwei Woden-Crups, okay wir brauchen langsam Essen, ne? ja, ja, ich kümmere mich jetzt drum jetzt ist es soweit zack Essen... warte, mach... was... kann man das Ding... hast du noch Steine gesehen? Sugarcane... äh... Cobblestone? mhm... die brauche ich gerade ähm... na, ich wollte eigentlich... warte, man... ähm... kann man da was nicht wollen na, genau Karotten, die Stuhlrauben... also, ich hab so... neust du hier nochmal hier? sag mal, kann man nur ein paar Auseinander machen das muss man nicht vielleicht, weil ich muss die Stütze aus dem Sturm Katze, wir können auch Schöpf machen, gut hier brauchen wir noch keinen Schwerden nein, 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 das ist... so... Achievement... äh... 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 so... ...vermacht, blemacht... ich hab was rausgefunden und zwar... ich hab mal meinen Achievement-Buch komm, ob man da machen kann, hier, oder? Da... da... ja, aber das ist gut da haben wir es wenigstens zu stehen ja, gut so, was haben wir jetzt bekommen? ja, okay, jetzt hab ich den nächsten Stein mensch, fehlen nur noch zwei und noch mehr Karotten, Salamen äh, der Baum muss noch irgendwann weg, hier, ne? ja, ich helf dir alter, was hast du für ne Spitzhacke? das ist ne Axt, ne, ganz normale ey, mein ich ja ne Stein-Axt Holz ja, mein ich ja, aber warum ist meine so langsam? das ist genauso schnell okay ach so, vielleicht weil wir zu zweit abgebaut hatten, ne? weil du gesprungen bist, muss sein, ne? ach so, ja, das kann auch sein ja, wenn du springst, ist so langsam aber halt ich, weil... ja, ist glaube ich so wie unter Wasser auch, ne? okay, ich hab jetzt kein Ding mehr davon boah, nur noch zwei Kisse, weil das wir kriegen oh, man ist auch kaputt, aber ich hab ja noch einmal aber ich hab ja noch einmal wie gesagt, nicht alles sieht's rausnehmen, ne? nein, ich nehm nur, ich hab noch mal zu nehmen irgendwann kann man auch mal ne Schere bauen, daraus können wir dann Wasser machen äh, ausblättern? äh, ja, ausblättern äh, ausblättern äh, ausblättern Versuch Sie seemt sich nochmal create als hin und ein für einmal das Topp Toolmaß noch einen oder einUI Anne, auch ein also ich bedeutet erstmal Assistance damit wir dann gleich Laveproduzien können und wir unendlich cobblestone haben �� von den Bordest Bio denn einmal sitz schon mal Amerikalismus zu Akazien zieht Klinik wenn wir nicht mehr Hast du noch so einen Wurm irgendwo? Ah ja, ich hab sogar einen, 16 Stück. Leute, dann vergiften wir mal alle Bäume. Ja. Was wir jetzt mal richtig zu stehen zu bekommen, dann können wir damit nicht Kompass machen. Das ist ein guter Plan. So, hier funktioniert das natürlich nicht, denn wir brauchen erstmal wieder Wasser und dafür, äh... äh, brauchen wir eine Schere, dafür brauchen wir Eisen, dafür brauchen wir einen Ofen. Und da bin ich ja grad dran. Das heißt, einfach weitermachen. Warte, ich mach uns mal kurz und dann mit Scherz, wo wir alles reinpacken. So? Ja. Ja. So, der ist fertig. 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 So, machen wir den ganzen restlichen Rest da rein. So, Karottensamen und das. Okay, und jetzt haben wir bekommen nochmal einen Cobblestone quasi. Ach, da, da siehst du durch? Nein, nein, ich sieb hier durch. Hier. Also, das ist für Kompass. Ich hab mal her da rein. Du kannst ja auch aus und auch, okay. Guck. Okay, wir haben Stone, äh... Ja, die brauche ich, die brauche ich unbedingt. Ja, die Wörter? Stone Pebble. Zwei Stück. Ja. Man braucht vier für einen Cobblestone. Dann so. Alter, wie schnell das aufgefüllt ist. Ja, das ist sowieso. Ich schenke jetzt. Jetzt haben wir den Ofen fertig, quasi. Machen wir mal ein bisschen raus. So, und so waren wir sind gut am... Okay, der Ofen ist durch. Ich weiß noch mal ne weitere Version von der Boden-Crook. Äh, da führst du... Yo, es gibt ne Compress-Crook, es gibt dafür muss ich vier Stück bauen. Ja, dann baue ich mal was vier Stück. So viel nütze dir aber gar nicht. Ja, doch eigentlich schon. Ja, doch eigentlich durchgängig, ne? Naja, durchgängig würde ich jetzt nicht sagen. Oh, die Bäume... Nein, hast du noch Seeds? Ey, mal, ich hab'n Glücks. Hast du noch Seeds? Ähm, ja, ich hab'n noch Ordnung. Okay. Dann ist alles in Ordnung. So, die Bäume sind fertig. Drei Stück hab' ich noch. Findest du noch mal. Ich hab' ne Compress-Crook, das kann mir. Wir müssen echt auf die Bäume aufpassen, ey. Okay, richtig viel. Und die Bäume in Zukunft. Ja, ja, ich weiß es, finde. Das war's nicht. Die, 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 die... Die sind immer gleich, die sind immer gleich, die Streams. Ja, morgen. Okay, perfekt. Man kann damit nicht erden. Und dann, äh... Kann man mal L machen? Ach so, soll man L machen? Ach so, soll man L machen? Ach so, soll man L machen? Ja, ja, kann L machen. Ja, den, diese ist... Sie, äh... Komml. Na, jetzt back diesen Scheiß-Alternummel. Wo denn? Ja, Hiro. Oder backt es bei dir nicht? Doch, klar. Okay, ja.